Alter, ich habe den Sound auch ein bisschen leiser gemacht, weil ich ja hier alleine sitze und damit ich hier nicht so laut bin. Übrigens, ihr könnt mir ja mal sagen, ich habe ja Eierkartons für die Wand. Ja, macht ja nichts. Ich überlege gerade, welche Farbe ich nehme oder was für ein Material, was schlagt der mal vor. Ja, womit soll ich die färben? Was kann man am besten nehmen? Laktose? Sprühdose? Einfach mal um die Wartezeit jetzt totzuschlagen. So. Enter the Hall of Trials. Safe Game. Der gehört sich jetzt Fluffy Unicorns und Dauerschleifer wahrscheinlich an. Übrigens, bei Lidl habe ich heute Unicorn-Schokolade gesehen. Nicht die, die sie schon mal von Ritter Sport gezeigt haben, sondern... Warum ist denn das hier so dunkel? Lichtschalter. Ah. There's no need to go there. Also hier muss ich hin. Müssen wir jetzt wieder in unsere Bude? Das hier war ja unser Keller, ne? Mussten wir nicht irgendwie... Hier rein, ne? Oder? Ne, da sind wir doch gerade rausgekommen. Da sind wir gerade rausgekommen. Was? Also Iron verbindet man auch süße Einhörner. Ich habe eben Laktose verstanden. Ich glaube, wir sind jetzt wieder in Level 2 reingelaufen. Unicorn Farts? Was ist das denn? Kenne ich nicht. Ich muss gleich erstmal wieder hier aus dem Level raus. Ich glaube nämlich, dass wir im falschen Level jetzt drin sind. So, dass wir das gleiche Level nochmal haben. Charlie? Genau, hier ist aber falsch. Ich muss wieder zurück. Was? Ach ne, Feind Tom Kenner. Ja, bin ich doch richtig hier. Der Fahrstuhl. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich werde immer größer. Charlie the Unicorn. Beste. Beste. Oh, da gibt es nur zwei. Da sind wir doch gerade. Ne, gar nicht wahr. Wir fahren jetzt noch weiter runter. Ich dachte, wir waren im Untergeschoss. So, wie weit geht es denn hier runter? Ist das jetzt hier die Bergbauetage oder was? Ey, lässt du die Tür wohl auf? Ab in die Hölle. Ja, ich glaube es auch. Wow. Da steht Baum. Wieso stehen hier Bäume? Gleich schreibt mich bestimmt wieder der Typ an. Go away! Was? Hier liegt es zu suchen. Registration? Hallo? Verdammt? Ey, ich hätte jetzt geschrien. Prison? Gefängnis? Da gehen wir... Oh Gott, das ist schon wieder ein Zahlen. Das sind doch bestimmt schon wieder Pfiffis hier, oder? Ich höre euch. Ich dachte, der schreibt mich jetzt wieder an. Hat er noch nicht getan. Können wir da irgendwie... Die gehen nicht auf. Da oben ist ein Kaffeebecher. Okay, die gehen alle nicht auf. Weißes Papier. Also mit weißem Papier. Da ist nix. Name. Time. Anrufbeantworter. 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 We know that we have about three or four traitors in our midst. We will deal with them one by one and destroy every message as we find them. Please keep your eyes peeled and report suspicious activity. Okay. Wo war der vierten? Apparently some members are afraid of shore spiders. Please let those people know that the spiders won't harm them. Well, unless they sin of course. If they see someone getting attacked by shore spiders, that person is a sinner and therefore the attack is justified. Okay. If the spider catches you, you're a sinner, yes? There's nothing in it. Oh, cool. We could do that. There are several plans. The right down there? There's nothing in it. No, I would. One of our members was attacked by Skoro and the only defense that we have against him is our faith in shore. If someone gets attacked by Skoro and there is no priest around to help him or her, I suggest self punishment. Punishing yourself in the name of shore should send a strong message to Skoro that you will not fall for him and that you are indeed a child of shore. My dear friend, it has been brought to my attention that some of our members don't understand that the chamber of fire won't open for them until they have walked on the path of shore and studied shore's holy relic. Remember that we have to guide our flock. Okay. Oh Gott, wie groß ist denn das Ding hier? Da kommen wir, glaube ich, nicht rein ohne Nummer, ne? Das heißt, wir müssen erst da vorne rein. Und der Angriff ist gerechtfertigt. Na gut. Walk of shore. Ich glaube, da geht's rein, da kommen wir raus, oder? Gehen wir mal rein. Ich will ja raus hier. Wir gehen doch erst in den anderen Raum. Ich denke, wir müssen hier raus. Ich denke nämlich, dass wir da drin attackiert werden. Ich denke nämlich, dass wir da drin attackiert werden. Walk of shore? Das macht mir jetzt keinen Spaß. Ich gehe wieder. Tschüss. Was? War nett mit euch. Ich warte hier. schnell pear 마if! hedgerow ist immer noch so etwas zu gering. Also, sommige Essen. Gib's dir keine? Nee. Ah. 323. 1 2 3 3. Können wir uns mit dem Besen bewaffnen? Ich möchte gerne den Schrubber mitnehmen Danke Alter Falter Wir müssen sowieso gleich mal das andere Spiel antesten Na komm Wir gehen mal da rein Was bei der Lache ist wunderschön Beide oder seine hier? Links, geradeaus Wir gehen mal runter Walk of Saw Mindestens 5 Was? Per Day? 1 1 2 Au Ich glaube ich bin tot Das Vieh schlägt mich Ich glaube das Vieh soll ich 5 mal am Tag schlagen oder? 2 Ich glaube das war jetzt Runde 3 Er kommt da 4 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 6 9 9 10 11 10 6 10 10 11 10 11 12 16